happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.com gamble ich spiele mal wieder von firewax br-ranked oder cs-ranked wobei ich bei cs-ranked wahrscheinlich abkacken werde wie immer deswegen viel spaß bis gleich okay und die runde geht auch gleich wieder los come on let's see what's out there battle royale battle in style so tracking system on time to write history Los, flieg in der Arena rein. Ja, doch was ich jetzt. Mal schauen wieviel Spieler hier sind und wieviel KI. Ich denke es ist meistens KI hier. Da war ja auch noch was. Da geht die Mauer ein bisschen schwer. Oh ja. Und den Schlüssel? Ne, kein Schuss, ein Truck wäre das. Wäre ich nicht. Sowieso selten als ich schon. Kann man hier hinten erst abfarmen. Weil gleich ist hier verboten die Zone. Nase juckt. Das ist so wie immer die Torgi. Ah, da ist sie ja schon. Die Torgi haben wir gefunden. Und dann ein Scharfschützengewehr. Huh, da ist es. Okay, dann haben wir jetzt sozusagen alles was ich brauche. Das war's. Dann können wir jetzt nochmal alles einstellen, falls einer kommt. Und da gehe ich einmal. Mauer ist schon drin. Gut. Okay. Hucksack habe ich Level 3. Passt. Kann man da eigentlich ganz nach oben. Okay. Geht nicht. Die Fenster sind alle zu. Dann wird es da keinen Weg hoch geben. Oh, hier wäre die Maxime. Okay. Ja. Oh. Warte mal... Ich werde mich dann vielleicht hochschießen. Ich bin nicht gespannt. Aber wenn ich runter will, dann muss ich fallen. Und das wird bestimmt weh tun. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist immer schon wieder runter. Gerade hier hoch gekommen. Erstmal hier oben. Oh! So, ich habe doch gerade mal ein Pilz hier irgendwo gesehen. Wo war der? Ich habe mir nicht gemerkt, wo der ist. Ach, der weint. Da hinten war der, ne? Oh ja. Hm. Tom. Wo soll ich jetzt? Was ist das? Was vai, was soll ich jetzt? Was ist das? Oh. Was ist das? Was ist es so, das ist hat einen Hecht? Was ist das? Ah, weg ist er. Okay, den haben wir auch schon mal. Ich höre nichts. Also weiterlaufen. Da ist KI. Läuft in der Wand. Da hinten ist einer. Ich bin auf den Topf gekommen. Oh, ich wollte gerade schießen. Oh, ich muss weiterlaufen. Die Söde ist kleiner geworden. Oder wird kleiner. Da muss ich mal hier fürs Autofahren das einstellen. Da oben schießt einer. Da oben schießt einer. Logikill! Dominating! Unstoppable! Rampage! Eine unbeeinnatet, er ist geschossen. Das scheint ein Spieler zu sein. Das ist... Schrauben, Dich, Dich! Schrauben, Dich! Schrauben... Schrauben! 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 In your face! Steht. Killing Spree! Killing Spree! Da ist die Wand. Die Söhne. Gut. Geh mal frei. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen zu CS Ranked, auch wenn ich das verlieren werde. Jetzt habe ich gewonnen und jetzt kann ich wieder eine Runde verlieren. Viel Spaß. Okay, es ist jetzt kein CS Ranked, es ist ein normales CS. Bei CS Ranked habe ich Minuten, zehn Sekunden gewartet, der kann nicht so... Ich mache hier immer eine Wute bezüglich, dann kommt ein Zwitter. Und was macht der hier? Der ist A4A. Super. Super. Uahhk.... Urrgh! Uah! Bühw! Bühw!! Oh my God! Head there! Head there! First Blood Schade Schade, schade, schade Die nächste Runde wird noch besser Bestimmt Don't worry, your time will come Don't worry, be happy Okay Rechtslang oder linkslang Ich glaube ich bin rechtslang Rechtslang, glaube ich, länger Egal Was sind die da mit rein? Schade Schade First Blood Schade 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 Heft me up! Head there. Head there. First shot! Thanks. Okay. Kommt doch nicht raus, he? Lol. Schön. Hat mir gefallen. Warum war ich der Beste? Nein. Ich kann nicht durchschauen. So. Alles gekauft, was wir brauchen. Ich weiß. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Wollen die hin? ... ... ... 1st Blood Okay. Double kill! Triple kill! Okay. Ein Satz mit X. Das war wohl nix. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen mit CS Ranked. Die Spiele hier. Eine Spritze. Zwei Spritze. Hier gibt's Ressourcen. Ich lauf mal gerade. Kilo. Fuerst live! Halt mir! ich alleine gehen frei ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr Oh! Double Kill! Ja... Don't worry! Your time will come! Wird da doch ein bisschen spannend jetzt sein. Schlechtes Gewehr für... ...Fernkampf. Gut für Mittel- und Nahkampf, aber für Fernkampf... Oh, falsch, ne? Oh, was macht ihr? Den müssen wir fast selber runter... Double kill! Hmmmm... war ja klar aber ich dachte eine stirbt noch haben wir verloren stand sich 33 ich bin ganz verwirrt ach wir haben verloren egal egal na gut okay dann war es das für für heute ich sage dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wir noch beim nächsten wieder bei sein deshalb wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen ein 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 ein